Hi Leute, am 29.04.2016 findet unser Elfter Unstoppable statt. Und wenn du zwischen 14 und 24 Jahre alt bist, wirst du zu dem Event herzlich eingeladen. Wir haben eine neue und freshe Location in unserem Gemeindesaal der Citykirche Galldorf, der renoviert wurde. Und unser Motto lautet REFRESHED. Nicht nur, weil unser Saal jetzt fresh ist, sondern auch weil das Ganze ein ziemlich fresher Abend wird. Wir werden eine Hammer-Message haben, Musik, Snacks und einfach Hammer-Leute. Und die Message wird überbracht von Matthias Brandner. REFRESHED! So refreshing!